Hie, 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 hie! Rettet! Rettet! Die Rappen an dem Eck, um gleich zum Deckel zu links. Immer. Ah, der Mike. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2018 Ich hab's dir, ich hab's genau gesehen! Komm, sei lieb, sei lieb, sei lieb, sehr schön. Komm, hat doch noch einer. Ja, ich g riviere. Ja, ich bin aus dem. No, immer wieder ein. Ja, ich habe wieder das. Ja, ich habe wieder ein Gerstner im Grange. Ja, ich habe wieder ein Gerstner im Grange. Ja, ich habe es dir hier vergessen. Ich habe ihn. Ich habe richtig gezeichnet. Das war's für heute. die Wiener hier Der sitzt immer noch da oben links, damit er mit dem G drin Wie weit kann denn der da links reingehen? Der sitzt in dem Bunker da oben drin Die sind dort im roten Dresser, dahinter sitzt er Da ist der Bunker oben drin Der sitzt da immer Immer derselbe Der muss ja nicht der links raus sein Der ist ja gut geschützt tatsächlich Der ist ja gut Der ist ja gut Der ist ja gut Der ist ja gut Der Voraus ist ja gut Hier vorne ist noch eine kleine Rechts sind sie rechts weit oben schon Einer sitzt unter dem Bunker Von uns Noch einer, zwei Ich kann den Loch haben, da einer Da oben in dem Loch, sonst kriegt noch einer drinnen. Neben links hat es noch einer. Oh ja, zu sehen, bei dem breiten Loch hat es noch einer drinnen, neben dem Sandsecken rechts. Und oben drin auch. Hey Jungs! Jungs! Ja? Willst du cover mit der Banken? Cover, ja? Cover ist in dem Feuer. Machst du den nicht, mach den. Sonst kommt er nicht an. Sag an! Warte, ich bin tief! Ja, ich? Stopp! Ich bin tief! Ja! Hey! 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 Machst du das nicht! Mit dem Sandsecken und rechts daneben hockt auch noch einer drinnen. Mindestens. Und das MG ist auch noch aktiv. Das ist der Dicke, der Matze! Der Matze! Der Matze ist da oben drin, der haut raus, als wäre sein letzter Sachverte. Wie geht der denn? Ganz im Eck drüben, da wo da einiges hinläuft. Hörst du nicht schießen? Ja, aber ich schieße nicht. Der hat in seinem Bunker hinter dem Gebüsch. Den kriegst du schon hier oben kaum. Wir müssen fast warten, bis die Luft ausgeht. Ja, das wäre wahrscheinlich jetzt schade. Oder jemand in so eine Flanke reinkommt. Da oben scheint es recht ruhig zu sein. Ich glaube, es ist nur noch eher da. Da oben siehst du keinen mehr. Die linke Seite scheint bis auf Matze fast tot zu sein. Die scheinen mehr raus, gucken gar nicht. Ja, es ist nur noch er da. Die sind schon da hinten oben. Mangiare, ihr Wichser! Komm, einfach nur das Prinzip drauf schießen. Lass die Gehütten in Ruhe. Immer besser sein. Da oben ist fast keiner mehr. Wir sollten mal fraktieren. Bist du vor? Ich kenne mich hier nicht aus. Wie sieht es denn da vorne aus? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe auch noch. Ist der noch da oben? Wollen wir euch hier mal in die Tiefe? Dann kommt einer raus. Lass den jetzt runter gehen, oder? Wenn wir es bis zum Rügel schaffen, sieht er uns von oben nicht mehr. Obwohl, es ist gut, wenn er raus geht, weil dann schießen die nicht auf ihn, ne? Natürlich, wir sind trotzdem. Wir müssen es doch genauso machen. Wenn sich einer da hinten versteckt, trotzdem schießen. Okay. Zweichen raus. Willst du dir rennen, oder soll ich? Du bist freundlicher, oder? Wo ist das? Keine Ahnung, ne? Ich muss erst mal wissen, wohin? Zu dem Steinhaufen. Siehst du da? Die Rolle, die da liegt. Ja. Siehst du da? Die Tiefigkeit nach oben. Als Stelle haben wir gute Deckung. Oder wir rennen beide. Ja, okay. Beide zur Rolle. Genau. Sag an. Ne, warte mal. Links am Bunker liegt unten einer. Also links unten am Bunker. Den unten drück, eh. Du gibst nur Deckung, wir gehen zu der Rolle. Sag an, Dave. Ja, der ist noch da. Der gibt uns Deckung. Noch in einem G. In dem Loch ist noch einer drin. Haben wir mal die Rolle wieder genommen? Braucht Luft? Da musste ich auch schon holen. 言 rufl auf. Sie hinab fast da oben. Nee, müssen die vão sich noch knacken. Brau. Hạter, Haltier, 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 Haltier. Schuss, Schuss, Schuss! Oh, das war ein Bouncer! Oh, hat der wehgetan! Wo ist denn der? Das gibt's doch nicht! Mal mit der Versuch, dann renn ich da ins Rollsfeuer, gell? Dann gehen wir da oben. Ich weiß ja nicht, dass man unbedingt den Lipp lehnen und ihn oben drauf schneiden muss. Ich weiß ja nicht, dass man nicht mehr so ist. Ich weiß ja nicht, dass man nicht mehr so ist. Ich weiß ja 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 nicht mehr so ist.